Liebe Freundinnen und Freunde der Abtei, wir sind am letzten Tag dieses Jahres angekommen. Es ist Silvester. Und was war es für ein Jahr für uns alle? Für manche ist es sicher sehr schwierig und Corona hat uns alle betroffen und in irgendeiner Weise eingefängt. Aber ich glaube, selbst am Ende eines solchen Jahres dürfen wir sagen, Gott war mit uns. Er ist mit uns gegangen durch dieses Jahr. Und jetzt, wenn wir an der Schwelle stehen, zum neuen Jahr, in das neue Jahr hinübergehen, dürfen wir fest vertrauen, dass Gott mit uns geht, dass er auch im neuen Jahr uns begleitet. Wenn Sie wollen, dürfen Sie gerne über Mitternacht mit uns dabei sein, verbunden sein, im Livestream. Um halb zwölf wollen wir den Livestream anschalten und Sie dürfen mit uns in der Kirche sein und den Jahreswechsel mit uns begehen, das neue Jahr beginnen mit dem Gebet des Vaterunsers, das uns ja alle miteinander verbindet, sodass das neue Jahr ein gesegnetes Jahr für uns alle werde. Und das wünsche ich uns und Ihnen. Und am Ende kommst du zum nächsten Mal. Das war Ihnen ein gesegnetes Jahr. Vielen Dank.